WordPress Avada Design Container. Mein Name ist Birmin Lenherr. Ich habe hier einen blauen Container, das heisst auf der Webseite ist der natürlich nicht blau. In diesem Container hat es ein Viertel Bild, eine halbe Spalte Text und wieder ein Viertel Spalte Bild. Das sieht dann so aus. Bild, Text, Bild. Kann ich hier unter diesem Bild noch ein Bild dazufügen? Ja, das geht. Ich bearbeite die Seite. Ich kopiere dieses Helmbild hier, Clone Element. Jetzt hat es zwei Helme untereinander. Ich ersetze hier das Bild. Ich bearbeite es, editieren. Ich nehme hier das Haus, einfügen, save, aktualisieren, Seite ansehen. Und jetzt habe ich hier zwei Bilder untereinander. Wie sieht das aus auf meinem Handy? Ich verkleinere einmal die Ansicht. So sieht es etwa aus auf einem Tablet. Also die Elemente rutschen nahe aneinander. Und wenn der Bildschirm noch kleiner ist, dann beginnt es mit dem ersten Bild. Dann geht es nach unten. Dann geht es zur Textspalte. Und am Schluss kommt dieses Bild. Ich verenge also die Bildschirmbreite. Und Sie sehen, es wird kleiner, kleiner, kleiner. Plötzlich wechselt es. Jetzt haben wir dann bald die Handyansicht. Also zuerst Helm, Haus, Text. Und am Schluss kommt das letzte Bild. Also etwa in der Reihenfolge, wie wir ein Buch lesen würden. Ich gehe wiederum in die Bearbeitung. Also nochmals die Reihenfolge. Hier die erste Spalte, das oberste Element, dann das zweite Element, dann kommt die nächste Spalte. Und wenn es hier noch ein Element hätte, käme dann zuerst dieses Element und am Schluss dieses und eventuell das nächste. Wann brauche ich einen neuen Container? Immer dann, wenn wieder ein neues Thema beginnt. Hier habe ich also diesen grossen Container. Diesen Container kann ich auch klonen. Ich klicke hier auf Klon und ohne es zu bemerken, hat es nun unterhalb dieses Containers einen zweiten Container gegeben. Das hilft natürlich. So kann ich sehr schnell diesen Container einfach anpassen. Oder ich kann hier auf Save-Container gehen und meinen tollen Container auch speichern. Ich speichere diesen Container. Ich gebe diesem Container den Namen Super-Container. Und wenn ich dann irgendwann einmal wieder einen Container brauche, dann kann ich auf meiner Webseite jederzeit einen Container hinzufügen. Hier unten, Container. Leider erscheint es nur dann, wenn man weiss, dass das hier erscheint. Hier, Container. Ich könnte nun hier wieder einen neuen erstellen oder hier in der Library einen Container, den ich gespeichert habe. Hier Super-Container wieder einfügen und dann würde der erscheinen. Ich mache das nun nicht, denn ich habe den ja bereits geklont. Ich könnte den wieder bearbeiten. Und ich will nun nicht den Inhalt des Containers bearbeiten, sondern das Aussehen des Containers. Ich gehe zum ersten Container, gehe auf den Bleistift und ich gehe hier zum Hintergrund, also Background. Der ist im Moment weiss. Ich hätte den gerne grün. Ich klicke hier in die grüne Farbe. Achtung, im Moment ist zwar die Farbe grün ausgewählt, aber 100% transparent. Deshalb sieht man hier oben auch nichts. Also ich möchte den etwas hoch haben. Dann weiter bei Design. Ich übertreibe es einmal. Ich hätte gerne einen Rand und sobald ich die Randgrösse hier einstelle, kommt natürlich die Frage, ja, welche Farbe. Ich übertreibe auch das. Ich nehme da ein Rot. Auch nicht transparent, sondern wirklich knallig. Save. Leider hat man hier keine Vorschau, aber wenn ich das nun aktualisiere und ansehe, dann sehe ich wunderbar. Ich habe einen Container mit grüner Hintergrundfarbe und diesem roten Rand. Aber das ist nur beim ersten Container. Beim zweiten, beim Klon, habe ich das ja nicht so eingestellt. Hm, wie ist es nun, wenn ich jeden Container genau gleich haben möchte? Da gibt es wieder eine grundsätzliche Einstellung. Ich gehe hier zu Avada, Avada, Theme Options. Und hier zuunterst kann ich meine Elemente, Sie sehen hier Fusion, Builder, Elements. Hier kann ich alle Elemente grundsätzlich einstellen. Ich gehe nun zu Container Element. Klick darauf. Und jetzt kann ich genau dasselbe wieder einstellen. Ich stelle das nun einmal grundsätzlich anders ein. Ich sage, grundsätzlich ist meine Hintergrundfarbe, ja, irgendetwas so, etwas gräuliches, vielleicht so. Ich schaue immer hier oben, wie das dann aussieht. Dann, den Rand haben wir vorhin ja auch eingestellt. Den mache ich nun. Sobald ich den Regler nach rechts ziehe, kommt auch immer sofort die Frage, ja, welche Farbe denn? Da mache ich ein feines Rot, ganz etwas Dezentes, vielleicht so. Ich speichere das. Jetzt habe ich das grundsätzlich eingestellt. Und jetzt müsste eigentlich mein zweiter Container, der vorhin ja noch weiss war, diese grundsätzliche Einstellung übernommen haben. Ich schaue mal nach. Hier habe ich den Container mit dem grünen Hintergrund. Das habe ich ja geändert. Hier habe ich einen Klon, der hat ja noch den weissen Hintergrund. Jetzt bin ich nicht sicher, hat denn meine grundsätzliche Einstellung meine beiden bestehenden Container überschrieben? Ich schaue mir das an, Seite ansehen. Nein, er ist immer noch grün und er ist immer noch weiss. Was passiert, wenn ich nun diesen weissen Container wiederum klone? Das ist der grüne, das ist der weisse. Ich erstelle also hier einen Klon und ich schaue mal nach, ob sich der nun verändert hat. Update und Seite ansehen. Grün, grün, weiss und jetzt der Klon dieses weissen Containers ist auch weiss. Also auf bestehende Container hat meine Veränderung keine Auswirkung. Aber wenn ich jetzt einen neuen Container erstelle, hier, das ist der grüne, der weisse, der weisse Klon, den küble ich wieder. Also in den Kübel. Und jetzt, wo kann ich einen neuen Container erstellen? Das muss ich wissen. Ich muss hier darüber fliegen und erst dann erscheint hier Plus-Container. Und jetzt kann ich wieder auswählen. Ich hätte diesmal gerne einen Drittel-Container, also 333. Ich füge hier noch ein Element dazu. Ein Bild. Welches Bild? Upload. Ich nehme mal dieses komische Ei hier. So. Save. Ich habe jetzt ein solches Ei. Ich klone das noch 2-3 Mal. Klar, diese Elemente sind dann überzählig. Also Klon, Klon. Und jetzt habe ich 5 Elemente. Diese Elemente, die lösche ich wiederum hier beim Kübel. Und jetzt speichere ich das. Sehe mir die Seite an. Das ist der grüne Container. Der weisse Container. Und jetzt kommt der neue. Überraschung. Ha! Hat funktioniert. Mein dezentes Rähmchen hier. Und hier dieser rote oder beige Hintergrund. Also, ab jetzt sind alle meine Container genauso. Das war's. Oh, Gott.